Mein Name ist Luke Gasser, ich bin Schweizer Hochmusiker und Filmemacher und habe mit dem Schweizer Fernsehen einen Film gedreht, einen Film produziert mit der wichtigsten Geschichte, auf jeden Fall die bedeutendste Geschichte der Menschheit. Und der Film heißt The Making of Jesus Christ. Ein Film ist natürlich limitiert in der Aussage von Informationen und deswegen war klar, dass da einfach ein Buch dazu ausgegeben werden müsste. Und das ist dieses Buch und eigentlich ist es mehr als nur ein Buch zum Film. Es ist ein eigenständiges Werk geworden, es bedingt nicht, dass man einen Film gesehen hat. Es beantwortet einige Fragen, auf jeden Fall spricht es einige Fragen an. Es werden bedeutende Theologen zu Wort kommen, die wir getroffen und interviewt haben. Es ist ein ganz toller Bildband geworden. Ich glaube, es macht viel Spaß, das zu lesen. Es würde mich freuen, wenn Sie sich damit befassen, wenn Sie sich das zu Gemüter führen. Vielen Dank. Vielen Dank.